In diesem Video schauen wir uns horizontale Kreisbewegungen an, wie sie zum Beispiel bei Kettenkarussells, Kurvenflug oder auch Schrägbahnen vorkommen und welche Kräfte in dieser Situation wirken. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Educanova. Betrachten wir ein Kettenkarussell, das sich noch nicht dreht. Ein Fahrgast sitzt auf einem der Sitze und auf ihn wirken folgende Kräfte. Nach unten wirkt die Gewichtskraft und nach oben die Seilkraft. Solange er sich nicht bewegt, sind diese beiden Kräfte gleich groß und zeigen in entgegengesetzte Richtungen. Die resultierende Kraft auf den Fahrgast ist also null. Sobald das Karussell sich zu drehen beginnt, beginnt auch der Fahrgast sich vorwärts zu bewegen. Weil die Aufhängung aber in die Kreisbahn geht, wirkt das Seil jetzt nicht mehr senkrecht nach oben, sondern leicht nach innen. Das heißt, jetzt wirkt die Seilkraft schräg nach links oben. Es wirken immer noch nur diese beiden Kräfte auf den Fahrgast, aber die vektorielle Summe dieser beiden Kräfte ist jetzt nicht mehr null, sondern zeigt horizontal ins Kreiszentrum. Diese Kraft ist die resultierende Kraft, welche in dem Fall gerade die Zentripetalkraft ist. Ähnlich verhält es sich mit einem Flugzeug im Kurvenflug. Wir haben die Gewichtskraft, die in Richtung Erde zeigt, und die Auftriebskraft, die senkrecht zum Flügel wirkt. Die vektorielle Summe dieser beiden Kräfte ist eine horizontal wirkende, resultierende Kraft ins Zentrum der Kreisbahn. Oder betrachten wir einen Velofahrer auf einer Schrägbahn. Wir haben die Gewichtskraft Richtung Erdmittelpunkt und die Normalkraft, die senkrecht zum Boden wirkt. Die Summe dieser beiden Kräfte ist eine horizontal wirkende Kraft, welche auch hier die resultierende Kraft ist. Schauen wir uns an ein paar Beispielaufgaben an, was man damit rechnen kann. Die Aufgabenstellung der ersten Beispielaufgabe lautet. Ein Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 180 km pro Stunde in einem 800 Meter breiten Tal eine Umkehrkurve. Dabei hält es von den Hängen einen Mindestabstand von 60 Meter ein. Wie groß muss die Querlage sein? Beginnen wir mit einer Skizze. Mit Querlage ist gemeint, um wie viel die Hochachse des Flugzeugs gegenüber der senkrechten geneigt ist. Auf das Flugzeug wirkt die Gewichtskraft Richtung Erdmittelpunkt und die Auftriebskraft senkrecht zum Flügel. Die vektorielle Summe dieser beiden Kräfte ist die resultierende Kraft, welche gerade die Zentripetalkraft ist. Den gesuchten Winkel finden wir zwischen der senkrechten und der Auftriebskraft. Diesen Winkel finden wir als Stufenwinkel auch hier. Wir suchen im Wesentlichen die Zentripetalkraft und haben die Gewichtskraft im Wesentlichen gegeben. Also ist der Tangens vom Winkel Phi, das Verhältnis von Fz, geteilt durch Fg. Fz wissen wir, ist Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat, durch den Radius, und die Gewichtskraft ist M mal g. Wir setzen diese beiden Gleichungen in die erste Gleichung ein und erhalten, dass der Tangens vom Winkel, die Masse mal die Geschwindigkeit im Quadrat, durch R, mal M, mal g ist. Wir kürzen die Masse und erhalten, dass der Tangens von Phi, die Geschwindigkeit im Quadrat, durch Radius mal g ist. Die Geschwindigkeit setzen wir in Meter pro Sekunde ein und für den Radius setzen wir die halbe Talbreite, minus den Mindestabstand, also 340 Meter ein. Ausgerechnet gibt das 36,9 Grad. Der zweite Teil der Aufgabenstellung lautet. Wie groß ist dabei das Lastenvielfache? Das Lastenvielfache ist das Verhältnis zwischen Auftriebskraft und Gewichtskraft. In der Skizze sehen wir, dass das Verhältnis von Gewichtskraft durch Auftriebskraft gerade dem Kosinus vom Winkel entspricht, also ist das Verhältnis von Auftriebskraft zu Gewichtskraft gerade 1 geteilt durch den Kosinus von Phi. Ausgerechnet gibt das 1,25. Das bedeutet also, dass sich ein Passagier in diesem Flugzeug 1,25 mal schwerer fühlt, als im Horizontalflug. Die Aufgabenstellung des nächsten Beispiels lautet. Bei einem Kettenkarussell ist R0 gleich 6,0 Meter und L ist gleich 5,0 Meter. Es dreht sich gleichförmig. Der Winkel Phi zwischen der Vertikalen und der Sitzaufhängung beträgt 55 Grad. Wie groß ist die Geschwindigkeit V des Fahrgastes? Die Kräfte, die auf den Fahrgast wirken, sind einerseits die Gewichtskraft nach unten und die Seilkraft in Seilrichtung. Diese beiden Kräfte addieren sich zur horizontal wirkenden, resultierenden Kraft, welche gerade die Zentripetalkraft ist. Eine vielversprechende Strategie, um solche Aufgaben zu lösen, ist es, die Zentripetalkraft auf zwei verschiedene Arten auszudrücken. Einerseits durch eine Beziehung von den Kräften untereinander und andererseits mit einer der bekannten Formeln, entweder M mal V im Quadrat durch R oder M mal Omega im Quadrat mal R. Für die Beziehung unter den Kräften nehmen wir vorzugsweise die Gewichtskraft, weil sich diese im Normalfall einfach berechnen lässt. Also ist das Verhältnis von Zentripetalkraft zu Gewichtskraft gerade der Tangens von Phi. Wenn wir diese Gleichung mit der Gewichtskraft multiplizieren, erhalten wir für die Zentripetalkraft, Fg mal Tangens von Phi. Für die zweite Beziehung nehmen wir M mal V im Quadrat geteilt durch R, weil die Geschwindigkeit die gesuchte Größe ist. Wir haben also jetzt zwei Ausdrücke für Fz, die wir gleichsetzen können. Wir erhalten die Gleichung, M mal G mal Tangens von Phi ist gleich M mal V im Quadrat durch R. Wir kürzen die Masse, um die Gleichung zu vereinfachen. Wir lösen die Gleichung nach der Geschwindigkeit auf, indem wir mit dem Radius multiplizieren und die Wurzel ziehen. Der Radius ist der Bahnradius, also ist das, gemäß Skizze, R0 plus die Länge des Seils, mal Sinus von Phi. Wir setzen für den Radius 0, 6 Meter, für L, 5 Meter, für Phi, 55 Grad und für G 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat ein. Ausgerechnet gibt das 11,9 Meter pro Sekunde. Der zweite Teil der Aufgabenstellung lautet. Wie groß sind Umlaufdauer T und Drehfrequenz F? Geschwindigkeit ist definiert als Strecke pro Zeit. In dem Fall ist die Strecke einmal der Umfang, also 2 mal Pi mal Radius, und die Zeit ist die Umlaufdauer. Wir lösen diese Gleichung nach T auf, indem wir mit T multiplizieren und durch V dividieren. Für den Radius setzen wir die bekannte Formel von vorhin und für die Geschwindigkeit die Formel ein, die wir vorhin hergeleitet haben. Wir setzen die Werte ein und erhalten für die Umlaufdauer 5,33 Sekunden. Die Frequenz ist definiert als 1 geteilt durch die Umlaufdauer. Ausgerechnet gibt das 0,187 Hertz. Die letzte Teilaufgabenstellung lautet. Die Masse des Gastes und der Sitzanordnung beträgt 85 Kilogramm. Welche Kraft greift im Aufhängepunkt der Kette an? Wir kennen die Gewichtskraft und suchen die Seilkraft, also nehmen wir das Verhältnis von Gewichtskraft zu Seilkraft, was gemäß Kräftedreieck dem Kosinus von Phi entspricht. Wir multiplizieren mit der Seilkraft und dividieren durch den Kosinus von Phi. Die Gewichtskraft ersetzen wir durch Masse mal G. Wir setzen die Werte ein und erhalten 1,45 Kilo Newton. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.